Hey Leute, willkommen jetzt schon zu meinem dritten Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Kev und ich studiere aktuell im fünften Semester Jura. Dieses Video wird wieder ein 2-Stunden-Study-With-Me, weil ich für meine Klausur im Januar im Bereich Öffentliches Recht lernen muss. Dafür werde ich mir noch ein paar alte Vorlesungen anhören und auf meinem iPad hier Notizen machen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen oder egal was ihr bei diesem Video gerade macht. Also lasst uns starten. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.